Nach drei Viertelstunden Aufstieg von Zauchensee sind wir jetzt auf 2.125 Meter am Bernd Stoffe. Sehen wir da oben mit so einer Gamskugel zur Weltkrababfahrt ganz hinten Hochkönig massiv Dänengebirge. Da haben wir Zauchensee vor uns und unter uns. Rechts hinterm Strimskogel Bischofsmützen. Dachstein massiv. Über Unterdauern. Oberdauern. Unter uns im Süden von Zauchensee die Gnodenräumen. Ausse Richtung Flachau Winchi. Fix der Hebe am Vordenmacht Zauchensee Steinfeldspitz 2344. Und wieder am Gamskugel. Zauchensee. Mein Traum. Ausse Richtung Flachau Winchi. Ausse Richtung Flachau Winchi. Vielen Dank.